Willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Hello. Hallo. Diesmal in der Höhle. Hier waren wir doch schon mal, oder? Nein, hier waren wir nicht. Oh Gott, das ist so gruselig. Stimmt, kommt gleich eine Federmaus und ich schreibe dann wieder auf. Ich habe die ausgemacht, weil ich gerade auf die Map geguckt habe. Okay, ich habe die Pfeile mit Radmulze und da war ich mit so einem Radpfeil. Ich glaube, das ist die richtige, ja. Das ist die richtige, weil, guck mal, hier? Ja, das ist die richtige, FIX. Das ist die richtige, auch wirklich. Warte, sind hier nicht irgendwo noch Bäder oder sowas? Vielleicht kann man hier irgendwas aufnehmen? Es war sein Name, aber da fuhren es dann Kollegen. Oh, da sind Leute. Oh, shit. Ey. Der. Nee, ich stirb. Hier liegt noch einer. Ich weiß. Ah, so viel Zeug. Für irgendwelche interessanten Sachen, oder? Ah, hier Leute, warte ich schon bei dem Passagier hier gewesen. Da stand unten einer von, ich weiß nicht wie vielen gefunden. Nein. Bei mir nicht, bei dem nicht. Bis alle Passagiere durchschauen, ja. Bei mir geht's weiter, Mädel. Anjee, ich bin nicht so weg. Uh. Dann, warte. Oh, hier sind wir. Oh, und. EJ. Brauch mal kurz deine, deine Fackel. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Machst du gut deine Fackel wieder ab. Ich hab grad keine Fackel mehr. Geht jemand von euch vor? Ja, ich bin da. Ich glaub, hier kriegen wir unseren Tauchanzug. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal Licht von euch. Oh, das sind zwei. Zwei Stück, eine direkt hier. Anne, warte erstmal. Wow. Was denn? Was denn? Ja, aber... Ne. Hier sind die ganzen Klaus drinnen. Wo? Hier, ok. In den ganzen Dings, ah. Ja, hab ich gesehen, danke. Gehen wir zuerst hier so lang oder, oder da runter? Wo liegt noch was und was liegt wo? Geht's da vorne überhaupt weiter? Weiß ich nicht. Da vorne geht's weiter, ja. Hier vorne geht's weiter, ja. Hier vorne geht's weiter. Also da oben müssen wir auf jeden Fall. Also wollen wir... Wo wollen wir jetzt lang? Also ich würde gerne den Kleiderweg runter. Beim Seil müssen wir auf jeden Fall. Da geht's ja nicht weiter, oder? Ah gut. Wie ein Herz liegt hier? Äh, vielleicht doch. Kann man das vielleicht wegbringen? Mal daran gedacht. Mal nicht. Glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Äh, eine Taschenlampe, cool! Eine Taschenlampe, ja. Wo? 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 Äh, wow. Wo habt ihr die jetzt her? Ah, die liegt hier. Warte, hier so lag die. Wieso hab ich keine? Ich will auch einen. Ah, ich hab einen, doch. Hab ich auch. DJ, du hast auch einen, glaub ich. Wo ist die denn im Menü? Äh, links. Ganz links. Ah, jetzt gehen wir auf die Seite. Ich guck mal, ob ich die ausbrechen kann. Deckfest? Irgendwer hat mir das verpackt. Ready? Ja, ja, wer? Dass du selbst in die Luft gejagst. Ah, ich denk nicht, dass es geht, oder? Nein. 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 Aber manche Sachen gehen, hab ich gehört. Also manche Sachen... Okay, dann lass da runtergehen, ne? Ja. Wo runter? Taschenlampe ist dezent für den Arsch. Wo denn? Nein. Hier. Den Weg hier. Okay. Achso, hier runter. Alles klar. So, noch einmal runter. Und weiter runter. Wuuuuuuu. Yay, Spaß. Die Taschenlampe ist kack. Wir haben's gehört, ja. Ja. Warum benutzt du die dann? Ah, nein. Ah, nein. Ich benutze. Äh, und wie tue ich da jetzt wieder weg? Ich hab keine Ahnung. Warte, hier liegt was. Achso, Jesus. Wo liegt Jesus? Hier. Ah. Ja. Tschüss. Macht voll Spaß, die Dinger kaputt zu machen. Argument. Weil hier ist Wasser. Hier. Hier? Ja. Wo ist hier? Das. Yay, der Top hat zu. Also? Wie zieht man den an? Dann da weiter. Ja. Auf. Mhhh. Nee, musst du kommen. Ja, wo ist der da? Ach, da oben. Yay. Ja, aber hier müssen wir nicht rein, oder? Doch. Doch. Also? Sieht jemand was von euch da unten? Ja. Also ich seh gerade nichts. Dann haust du es nicht auch. Ja. Moment, dann wachst du mal bitte auf mich. Ja. Wieso kannst du hier jetzt nicht anziehen, Mensch? Du bist im Wasser. Du bist im Wasser. Du traust uns irgendwie, Chef. Ja, normaler Mensch zieht den Taucheranzug im Wasser. Ja. Zieh ihn an. Du musst dann auf, äh, links klicken auf den. Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Ach, da ist der. Ja. Jetzt hast du ihn an. Jetzt? Oder. Worin geht's? Dann probieren wir die anderen. Die anderen, die wisst du vorher. Ja. Ich soll dann ein Feuer machen, weil irgendwie hab ich ja ein Problem mit dir unten. Ja, ja. Was? Es ist kalt. Es ist kalt. Soll ich Feuer machen. Mal da? Ja. Ja. Aber gut. So schön. Ja, das ist voll hier. Die Babys. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, ist das da vor uns ein Wasserfall? Ja. Hier, irgendwie. Ah! Au. Alter. Oh, hast du erkrunkten. Ähm, hat irgendwer verbrachtelt? Das ist mir gefreut. Hm. Hm. Nein, ich muss sagen. Mal was anderes. Abwarten, abwarten. Ah, cool. Danke. Ich muss hier mal hin. Hm. Dann fahr hier lang, weiter. 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 Ich muss das Licht vom Rauchhahn zum nächsten Mal guiden. Wie war das? Oh, nee. Also? Ja. Weiter tauchen. Ja. Vor allem auch so eine Sauerstoffflasche, halt so lang. Ja. Voll Kuh, weil. Ich hab die Andi gesehen, als ich rauskomme dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hört das auch? Ja, gar nichts. Das höre ich seitdem wir die Taucherzüge anhaben. Äh. Ja, keine Ahnung. Oha. 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 Ja, ich würd das vielleicht in was anderes sagen. Was macht sie denn? So. Waren schon durch? Nee. Warte, in den Längern genau. In Achtung. Okay. Jetzt jetzt? Ja. Ja. Hat jemand ne Fackel an? Ähm, nope. Oha. Ob sie eine Fackel? Wie kann man die Taucherausrüstung? Einfach mit Recht du Mauserst wieder draufdrücken. Ah, okay. Hab ich. Taucher Fackel an. Okay, warte. Warte. Bleiben wir stehen. Bleiben wir stehen. Bleiben wir stehen. Den nicht bewegen. Hm. Das geht gar nicht mit der Fackel. Ja, du. Also mit Feuer geht's. Fackel anfangs nicht. Ähm. Mit Durchschießen geht's angeblich auch, ne? Ja. Was? Was haben die hier gemacht? Keine Ahnung. Hm. Aber guck mal. Aber alle Bibeln... Sind irgendwie so gestorben halt. Guck mal. Weil die sind ja... Die gucken ja so dahin. Ja, und die gucken alle auf das Jesuskreuz, ne? Ja. Aber was machen die Bibeln denn alle hier? Und genauso sind die gestorben. Aber die Bibeln sind ja... Bäume. Warum sind da überall... Schwarze Dichter an der Wand? Warum sind da überall Kratzer? Warum nicht so? Warum ist das so? Warum ist das Karl? Hier ist eine Bibel, die kommt auch so am Leben. Oh, hier können wir so ein neues Basecamp machen. Nein. So, wir kommen bei der Bibelstunde. Bibelstunde mit dem Butt-Ninjas. Yay. Ja, genau. Gott wird auch die Sleutern. Sleutern! 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 Oh, geil! Gut, dass wir fast keine... Gut, dass wir fast keine... Äh... Sauerstoffflaschen hier haben. Ja, gut. Der Fynn ist Gott sei Dank echt höher. Na gut, dann... Bis zum Foto. Ach so, wieder tauchen. Let's go on the journey! Let's go! Do the mall! Today! Und der Wasser? Ja, gut! Ich folg dir und auch falsch. Ja, gut! Passt. Das ist echt cool. Nass. Das ist krass. Aber es ist cool. Trotzdem cool Ich muss sagen, wir kommen langsam wieder runter. Ich hoffe, dass es die Gäste ist. Alle da? Ein Foto. Das war ein Foto von unserem Dorf. Also? Ich habe gleich ganz schrumpelige Finger. Bei mir ist ganz anderes schrumpelig. Hallo. Meine Zehen. Ja. Ja. Jetzt hast du dann wieder wir denn. Ja. 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 Wie die Fischlein schwimmt. Schwimm, schwimm, schwimm. Wir sind ein Schwarm. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Schwämmen schwämmen schwämmen. Mann, Andi. Kein Spoiler. Ich habe die mit ihm noch nicht gesehen. Echt jetzt? Ich bin zu fett. Ich bin zu fett, ich komme hier nicht durch. Wie geil ist das denn? Wir sind wieder draußen. Und ähm. Okay. Bei mir sind die halt gerade so in der Luft gewesen. Ja. Ähm. Okay. Jetzt sind wir dann jetzt. Jetzt instant in die nächste, oder? Ja. Auf jeden Fall. Die müssten wir noch kurz, äh, in Simco suchen helfen. Also ich muss mich mal hinsetzen. Ich habe keine Kondition mehr. Da weiß ich es jetzt gerade. Wo stehst du schon mit? Na egal. Bei mir ist alles komplett down. Ja, ist kalt. Ja, mir auch. Äh. Oh shit. Da von wo aus ist da als Simco, scheiße. Was suchst du jetzt? Das große Höhle. Ich weiß, ich weiß, wo das ist. Wo weißt du, wo das Simco ist? Ja, weiß ich. Ja, da müssen wir hin. Warte. Weil von dort weiß ich, wo die Höhle ist. Hm. Immer mehr nach. Äh. Ich glaub, wir sind nicht da rein, das stimmt. Mir nach. Oh oh. Seid ihr hinter mir? Ja. Ja. Sehr schön. Oh, wer jaut denn jetzt hier schon wieder rum? Ja, ey. Ja, ey. Und da ist es. Oh, ist es? Ah ja. Okay. Dann müssen wir. Wow. Oh, man. Welche Leute wieder. Ey, die werfen mit irgendwas. Wieso kann ich das nicht mehr anzünden, den Typen? Ich hab ein Problem. Na, das ist schon so. Ah, ja. Leute, wo seid ihr? Cool, die Bäume brennen. Ich hab ein Problem. Ah. Ja, lauf doch ran. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, erst mal verteidigen. Ja, ich kann aber nicht mehr rennen. Dann ruh dich aus. So, boah. Na, hab keine Leitung. Dann hab ich nicht gedacht. Wow. Äh. Der hat mir jetzt kurz ins Loch rein geschmissen. Boah. Ja. Haben sie? Gut. Ja. So, wir die verbrennen. Damit wir Skelette haben. Ja, bitte. Was war das denn? Das war ein Baum, der abgefuckt hat. Das hat total geil. Oh, Gott. Die Bäume brennen jetzt an Teilen. Wir haben auch die Feuer. Bei mir schreien die voll. Ja, ich machs grad. Wenn keiner, wenn keiner macht. Naja. Achso, ich würd die aufnehmen. Äh. Drum frage, ja. Nicht das mit Dope machen. Mach, mach. Okay. Waren nur zwei? Achso. Was das? Wenn wir grad hier sonst schon sind. Das war Peter wie Oldschool, ey. In dem Topf. Ne, ehrlich mal. Hallo, das ist mein Topf. So cool. Wir brauchen keinen Topf mehr. Wir brauchen keinen Topf mehr. Weil ich hab Durst. Wieso braucht ihr keinen Topf mehr? Weil wir pro sind. Ja. Habt ihr ne Wasser Bag, oder was? Ja. Hier haben wir da irgendwo einen. Hier sonst ein Reh. Und dann kommt auch ein Tüter hin. Oh. Da kommt einer um. Kommt um. Ah. Oh. Oh. Hier ist ein Waschbär. Oh. Hier war ein Waschbär. Oh. Oh. Hier ist ein Waschbär. Hey. Dankeschön. Wo ist der Waschbär hin? Was? Wo ist meine? Wer war das? Das andere. Wer schmeißt den mit Stein? Da ist mein Ihn ein. Ah. Das ist ein Waschbär. Ich hab ihn. ja geil cool hier ist er hier ist er waschbäer waschbäer? ach hier klar hier nehm meine hand so leute wohin gehen wir denn jetzt? ja die truppenführer wo sind sie? ich bin hier ja dann geh los boah ist das hier das riesenloch ja der deck ist immer so schnell ein wahnsinn so geh mal hm dann los hinter euch ist einer ähm oder ist da ein Loch rein? ne der ist doch nicht der ist doch noch hier der hat überall echt kreuze an sich dran der typ ja das ist der neue das ist der neue ach so der ist neu der ist stärker das ist irgendwie kreuze aber irgendwie auf den Tod deshalb müsst ihr mit vielen Leuten direkt auf den Traum schlagen oder was? wow ja die haben ein kreuz auf der Brust oder so eine Art ja was? der nicht mehr aber der zerbrannt äh weiter gehts go andy go andy äh Klaus da haben wir jetzt ist das wo das Hähnchen ist äh ich bin mir nicht sicher ich weiß das auch nicht du meinst die Höhle mit dem Wasser? jaaa oder ähm ja doch 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 wo ist das da? obwohl da ist ja 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 das stimmt das machen wir ja da müssen wir runter tschöö Da landet er auf einmal die ganze Höhle. Antti, hast du schon geschaut wegen CD? Na. Verzeihet. 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 Geht weiter runter. Ah, ja. Entschuldigung. Warte. Nicht spoilern, Andi. Nichts. Alles okay. Alles okay. Mein Name ist Hase, ich weiß von nicht. Den hab ich eben getötet, den Hase. Oh shit. Na dann kann es euch hätte sein. Also. 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 So. Ja. Würdest du sagen? Du hast ein Feuer. Down. Down. Hat jemand Bock auf Taufen? Wuhuuu. Yeah. Alle da? Jo. DJ? Auf der anderen Seite, jo. DJ? Ja. Gut. Das sind Leute, da sind Babys unten. Ja. Die springen uns aber an, ne? Alle bitte nicht wieder oben freuen. Ah. Ey. Leute. Warte. Bitte. Bitte. Lass. Okay, danke. Okay, ich geh mal vor raus. Okay? Wir haben einen Pfeil, damit hier Andi vorgeht. Wir haben dich voll weggeschickt. Oh, geht's. Ja. Gott. Der auch noch? Der auch noch? Der auch noch? Kindes Vergewaltigung in der Höhle. Ja. Die haben angefangen. Ja. Weitergehen. 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 Ja. Und wer? Hä? Wieso geht das hier nicht weiter? Ich bleib hier hängen. Und ducken. So. Jetzt laufen. Yay. Nicht runterfallen. Egal. Geil. Nicht runterfallen. Ja, bitte. Oh, wir sind ein Stück tiefer. Hintereinander laufen. Warum haben wir jetzt nicht Tag? Kann man doch weiter gucken. Ja, haben wir gleich. Klar? Ja, wieder nichts. Wolli, Kevin. Fast hätte es nicht runtergeworfen. Deswegen hintereinander laufen. Oh, sollen wir hier ein Tagescamp aufmachen? Hier ist ein Bild. Wo? Ja. Die Kreuze müssen es mal irgendwo umrennen. Wie wisstest du das? Ich glaube, die Kreuze sind da, wo wir was ähm... ...aufsprengen können. Ja. Ja, ich glaube halt. Mädels? Ja? Ja? Warte mal ganz kurz. Oh, ich hab zu viel Dynamit. Ich auch. Hä? Wo? Was ist das Ding denn? Hä? Ich hab grad was gebaut, das ist irgendwie weg. Aber oben drauf ist es. Hä, was hast du das gemacht? Was hast du denn gebaut? Ein temporary shelter. Kann ich hier unten nicht bauen. Geht nicht. Geht. Warte doch hier, warte. Das wär cool, dann können wir da abspeichern. Ah, ne, das hab ich vorhin auch probiert. Also... Jetzt vorhin. Auch mal probiert hier, um was hinzubauen. Aber ich hab's nicht hinbekommen. Ah. Oh, was ist das denn? So, alle schlafen gehen. Okay, erst mal speichern. Erst mal speichern, ja. Na gut, dann warte mal schlafen. Warte mal nicht. Warte mal nicht. Warte mal nicht. Warte mal speichern. Warte mal speichern. So. Sekunde, warte. To do list updated. Ja, bei mir auch. Warte, ich speichere auch schnell. Okay, gespeichert. Dann einmal schlafen gehen. 3 von 5. So. 4 von 5. 5 von 5. Yay. Wuuuuh. So. Man kann da nur einmal schlafen? Ja, das ist die Temperatur gewesen. Wow. Wo geht's jetzt nochmal lang? So, ich brauche es nochmal. Ich war dafür, dass wir da nach Hause hoffen. Ich muss erstmal was essen. Ja. Essen, trinken, passt. Ah, dann sind die ganzen Socken weg. Ich hab nur einen Fuß dabei. Fuck. Ja, wohin gehen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt weiter? Ja. Gucken wir mal, ne? Hier, ja. Hat jemand noch was zu essen? Äh, nen Snack, ja. Hast du nix nie genommen an P-Chill? Ne, ihr seid ja alle weggelaufen. Ich hab nur einen Fuß mitgenommen. Komm weiter. Einen Fuß hab ich auch noch. Gibt zwar. Hier geht's hoch. Weg. Warte mal kurz bitte. Oh Gott, hier ist dunkel. Danke. Weiter. Ihr seid grad ein bisschen zu schnell. Äh. Ach, der feine Kevin ist auf einmal zu langsam. Oh, Babys. Ja, lecker. Oh, hier ist noch irgendwas anderes. Warte, 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 nix. Warte, 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 warte. Ah, ja. Ureinwohner. Was war das denn jetzt? Leuchpistole. Ja, der ist aber für'n Arsch. Der Leuchpistole. Ja, der ist aber für'n Arsch. Der Leuchpistole. Mhm. Ja. 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 Geld auf'n Boden. Wir schlagen so lange drauf, bis die... Geld drauf. Wir schlagen so lange drauf, bis die Eingeweide rausfallen. Ja. Äh. Oder was? Oh, Leute, Leute, Leute. Anne. Ja? Was für'n Geld? Hm? Na, achso, ne. Richtige Scheine. Keine Münzen. Boah, was ist das denn hier? Wollen wir jetzt hier runter? Also, springen würd' ich hier nicht machen. Nee, ich glaub' auch nicht. Ah, hier geht's lang. Boah, wie fett ist das denn? Nicht? Hallo. Tori. Achtung. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Sprink. Sprink. Was ist? Wasser. Oh, nee, hier kann man da. Okay. 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 Lichtgefekte sind schon geil. Hm. Gib nicht. Achtung, warte. Baby. Schon wieder Baby. Äh. Alter, wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Äh. So. Hier, wo ich jetzt bin? Ja, den hier. Den hab ich im Fall gesetzt. Ach so. Ach so. Brandfallen. Wo bist du? Hä? Hm? Was ist das denn hier? Ich würde so sagen, dass es äh... Ah! Aus dem Klettern. Yep. Cool. Also hier hoch, oder was? Also hier hoch. Hinten? Geht da das Seil auf, hab ich gesehen. Hm. Ja, aber nehmen wir erst mal das Seil, oder? Ach hier hoch? Bitte. Ach egal. Jetzt gehen die Alten da hoch. Ja. Ja, Anne, komm mal kurz runter, bitte. Okay. Oh Gott. Ich würde erst mal das Seil hinten nehmen. Ja. Ich hör da gesagt, ja. Okay. Kann man drücken mal? Hä? Ähm. Warte, wie komm ich jetzt wieder hier weg? Ah. Mit E. Boah, ich bin in die Luft geflogen. Was? Lebst du noch? Lebst du noch? Äh. Ja. Also, mich muss wer retten. Ja, ja. Wartet mal auf mich. Wir warten alle. Oh, fuck. Oh, was macht ihr denn die ganze Zeit da oben? Was machst du denn? Danke. Den Ding. Oh, ich bin fast tot. Oh, voll in die Luft geflogen. Alter. Ich bin zu weit, ich bin zu weit hoch, äh, geprettet. Das Bureka, oder was ist das? Sieht's aus, ja. Ah. Hä? Oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal auf mich. Ja, auf mich auch. Doch, wir sehen hier nix. Wir warten, ne? Ja, Taschenlandbahn. Oh, Allah. Oh, Allah. Warte ich mir wieder auf ein Pfeil. Du lässt update. Oh, jetzt wieder. Ja, hm. Sollen wir hier hochklettern? Seil. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Ah. Noch ein x. Ah, xer locker. Hm. Dann merkt ihr eigentlich, dass da irgendwie da voll ist. Ja. Wir hämmern trotzdem immer eh los. Ja. Ja. Kau ihr seite, dass wieder was bloß wird. Ja, ehrlich mal. Ja. Okay, das Geräusch ist gefällt mir grad nicht. Ich hab das Gefühl, dass wir irgendwie wieder nach oben kommen. Nein. Ja, irgendwie. Boah! Jetzt hat's mich noch aufm kaut. Was ist das denn hier? Ja, hier brauch ich Dynamit. Ja. Da nach Seite. Ah! Ähm. Oh Gott, wir wollen irgendwas laut. Wir wollen irgendwas laut. Wir wollen irgendwas laut. Wir wollen irgendwas laut. Ich würde weg. Ich würde weg. Piché, geh weg, doch. Ja. Oh, bäh! Ja, mit Legs, super. Äh. Oh, Babies! Ist da was passiert? Ne. Boah, du hast irgendwas hier in die Luft gejagt. Ja, ne. Da ist ein Baby. Oh, Babies! Oh! 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 Was! Was? Oh, gibts gedacht! Ich scha systloch! Ich passte noch. Jetzt noch malcome! Oh! Oh, Kistenklappen! Wo viele Zeltlagerinnen? Das ist ja Wahnsinn. Hier ist jemand. Zwei Leute. Zwei richtig. Lass doch einer. Ah, hä? Oh! Was hat er gesagt? Zwei Leute. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab die Karte, das kannst du überhaupt nicht gesehen. W-What the f- Da? Äh, hier. Nicht anstrengend. Wo habt ihr das zweite Bild her? Ich hab nur eins. War nur eins? Der Zeitungsschnitt, oder? Ich hab auch nur eins gehabt, ja. Mhm. Okay. Wo seid ihr? Nach da oben. Jetzt war er. Irgendwas noch? Ja. Sind wir da übers Wasser geil, oder? Ich geh aus rechts. Ah, okay. Aber den kannst du jetzt auch im selben Fälle. An der selben Fälle. Ah, ja, okay, ja. Also müssen wir ins Wasser. Glaub, ja. Ah, es ist gleich. Hä? Das ist so cool mit dem, was auch immer das hier über uns ist. Ja, gell? Das sieht echt gut aus. Das sieht so cool aus. Okay. Aua. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ah, großer, großer Raum. Oh ja, sehr gut. Oh, hier ist ein Koffer. Ich bin in der Arena. Ha! Wo bist du? Wo bist du? Hat jeder genug Muni? Ja. Ich hör wieder Waves. Oh, hier ist noch ne Kiste. Hey. Hast du das Feuer angezündet, Kev? Ja. Ah, okay. Oh, dann mach ich nochmal den, 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 das Bein. Könnte ich mir jetzt mal. Ja. Wie gehen sie da hoch? Ja, warte mal, ich mach mir grad hier Essen. Wow. Das ist so cool. Ich hab das Gefühl, dass wir wirklich wieder nach oben kommen, ne? Ja, klar. Weil, ist ja doof, wir wollen ja nach unten, oder? Wir müssen nach oben kommen, wir werden wieder oben. Wir werden eben auch nach oben gehen und einen anderen Weg. Wir werden erstmal hier lang, dann können wir nach woanders hingehen. Feuer ist ausgegangen und mein Essen war kaputt. Ja. Bitte? Ja. Ja, wartet. Kommt nix essen. Ich hör da irgendwelche Grösche. Ich hör da irgendwelche Grösche. Ja? Ne, ich nicht. Äh, ne. Ich brauch mich. Links oder rechts? Ja, das ist hier rechts, oder? Links geht's... Warte mal, ich schau kurz. Ja, hier ist nur ne Wand, oder? Achso, hoch zu klettern, ja. Links ist tauchen. Und ein Feuer. Hier hoch kann man klettern, bitte. Was war links? Links ist tauchen. Und rechts ist klettern nach oben. Achso, sag mal. Rechts oder links? Ja, links, oder? Ich bin auch für links. Ich mag tauchen mehr als klettern. Er hat schon stays und das geht vielleicht wieder nach oben. Also? Ähm. Ja, rein. Ehh, mach mal. Was? Komm. Seht ihr das eigentlich alles verschwommen, oder? Ja, ja. Okay. Aber wir können nicht mehr einzeln abtauchen, ne? Na, wir haben ja noch mehr Gasflasch. Saft. Hä? Gehst du irgendwo weiter? Ähm. Achso, wir haben welche... Nö, sie... Nö. Wann bin ich? Hä? Hä? Ich glaub hier ist ein, äh... Dead End. Da hast du, ey. Genau. An der Hand. Och, nö. Da müssen wir doch klettern. Ja. Guck mal, was ist hier? Geht ziemlich auch lang? Ja. Oh, nö, ne? Nö, geht's nicht lang. Oder doch. Nö, ich komme nicht durch. Nö. 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 Jetzt ist es wieder dezent kalt. Nö. Nö. Oben ist Feuer. Ja. Ja. Ja, wo hast du denn? Feuer anmachen? Ja. Ja, wo hast du denn? Feuer anmachen? Ja. Wär dir auch Vögel? Nein. Nein. Hä? Wo musst du mal hin? Hier, oder? Hä? Geht's da oben weiter? Ja. Ich stelle schon da. Warte auf. Warte auf. Okay. Geht's da oben. Geht's da oben. Geht's da oben. Boah, doch. Ja. Ja. Du kannst nur drei tragen. Achso, ja. Ich hab ja schon drei Fische drauf. Nein, bitte. Ich mein, jetzt ist es mir gar nicht aufgefallen. Das ist schon davor. Ich hatte ja schon Fische zum Essen mitgenommen. Dann weiter geht's. Ja, warte mal kurz. Ich hab noch. Einen dritten brauch ich noch. Bitte geh mal eine essen, aber... Ach, hier. So. Schnell Axt ausrüsten und weiter. Hey. Ha. Donner. Wir landen jetzt in der Höhle. Huhu. Was ist das denn? Tauchen. Jetzt. Tauchen. Okay. Und auch wieder nur Sarkastung. Okay. Hey. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Sind wir draußen? Sind wir draußen? Ah, siehste? Ich sag dir, wir sind wieder rausgegangen. Dann hätten wir eben auch wieder da durch, dann hätten wir auch eben in die Höhle reingehen können, ne? Ja. Ja, dann gehen wir mal wieder runter, oder? Ja, aber es gehen doch nicht mal weiter. Wieso? Sicher. Die hat doch einen anderen Weg. Genau, ja. Die große Mauer, wo wir das Ding gefunden haben. Ja. Also hier wieder runter? Ne, also erstmal muss ich mal was essen. Sonst geh ich echt nicht mehr. Okay, ich würde sagen, machen wir jetzt immer einen Cut, bis Pite gegessen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.